So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Snap, New Pokémon Snap. Ich muss das Mikro mal wieder ein bisschen näher an den Mund machen, das habe ich gestern ein bisschen weggedreht. Wir haben eine ganze Menge schon geschafft. Wir haben den Dschungel. Mir wurde gesagt, das Spiel eignet sich für ein Let's Play eher nicht so, weil das Ganze dann so auseinandergeschnippelt wirkt. Ich versuche das Ganze zusammenzulassen, werde aber Sachen, die ich wiederholen muss. Also wenn ich hier zum Beispiel jetzt irgendwas schon mehrfach gemacht habe und ich muss das noch ein paar Mal machen, dann werde ich das wahrscheinlich weglassen. Achso, die Aufträge da drüben kann ich mal wegmachen. Das hier zum Beispiel haben wir schon mehrfach auf Level 2 gemacht. Ich denke, die Aufträge da werde ich nicht zeigen. Nachts haben wir noch nicht auf Level 2 gemacht. Wie sieht es eigentlich hier mit Dschungel aus? Den haben wir nur auf Level 1. Okay, den mache ich dann auf Screen nochmal. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Park bei Nacht. Weil wenn wir da jetzt auf Level 2 sind, dann können wir da vielleicht ein paar neue Sachen finden. Sachen, die wir vorher noch nicht entdeckt haben. Mal gucken, ob ich die Steuerung noch kann. Oder, ne, den hatten wir doch schon mal nachts auf Stufe 2. Das finde ich ist ein niedliches Bild. So, ich versuche hier ein paar gute Fotos zu schießen jetzt. So, die da soll ich hier beim Essen fotografieren. Denn, ja, da habe ich jetzt ein Essensfoto von denen. Und was sorgt hier für diese gerösteten... Es dringt ein Geräusch aus dem Boden. Da fehlt mir noch irgendwas. Oder ich muss irgendwen da hinlocken, dass der das da rauskriegt. Weiß ich nicht. So, jetzt würde ich aber mal einen Gän von euch. Okay, die Sachen sind glaube ich zu leicht. Jetzt habe ich es wegfliegen lassen. Schade. Ja, das hat glaube ich nicht gezählt als Gäner. Ich weiß gar nicht, was ich hier scannen soll. Oh, was bist du? Oh, das ist ein Felinara. Ja, mein Felinara. Oh Gott, Karpator ist tot. Kann ich aber auch nicht wecken. Ich höre ein Hut-Hut. Ich habe einen tollen Moment erwischt. Ehrlich, das sieht man überhaupt nicht, das Vieh. Auf jeden Fall habe ich einen Moment erwischt, in dem es zwei Füße zeigt. Wieder so eine Kristallblume, nützt mir halt nix. So. Schade. Beeil dich, ich will deine Fotos sehen. Ganz ruhig, kriegst du noch zu sehen. Sind ja auch ein paar tolle dabei gewesen gerade. So, Bidiza. Ich habe noch keine Bidiza vorher fotografiert. Ja, dann nehmen wir mal die zwei Sterne. Das ist nur ein Ein-Sterne-Bild und da nehmen wir die drei Sterne. Achso, ne, Moment. Moment. Ich habe ein Ein-Sterne-Bild schon. Aber noch kein Zwei-Sterne-Bild. So war das genau. Das steht ja hier nicht drin. Ein-Sterne-Bild. Habe ich schon echt das... Wow, das zählt nur als Ein-Sterne-Bild. Und selbst das hier ist nur ein Ein-Sterne-Bild. Ich packe es nicht. So, Swarones. Für zwei Sterne habe ich noch nichts. Dann nehme ich einfach mal eins. So, Kramurks ist tatsächlich ein Vier-Sterne-Bild geworden. Glaube ich nicht dran, aber ist okay. Ehrlich, da sind ein paar Vier-Sterne-Bilder dabei. Eigentlich möchte ich das hier nehmen, ne? Tauboss. Wir haben noch kein Zwei-Sterne-Bild. Dann ist es das hier. Das da finde ich gut. Kann ich Kristallblumen auch nehmen? Ich kann Kristallblumen auch zur Wertung mit dazu nehmen. Okay, das wusste ich nicht. Dann hätte ich vielleicht ein paar bessere Fotos geschossen. Naja, komm. Bei dem anderen ist die Kristallblume, glaube ich, mittig. Hier sieht man halt das zweite Bein von Hut-Hut. So, Kabador nehmen wir. Und Felinara nehmen wir auch mit. Vor allen Dingen sind es Missionen gewesen, die wir jetzt abgeschlossen haben. Dann wollen wir doch mal sehen. Bidiza, zwei Sterne. An sich allerdings nicht gut. So, hopplo. Das erste Drei-Sterne-Foto davon. Ja, auch nicht so jetzt das Beste, aber ist okay. Pichu. Oh, von der Größe und Blickrichtung haben wir natürlich jetzt richtig abkassiert. Goldstern. Ja, nehmen wir natürlich das Goldstern-Pichu. Ja, da machen wir leider kein Plus. Aber es ist trotzdem immer noch gut. Oh, das Tangolos macht Plus. Und zwar deutlich. Von Silber auf Platin. So, das Farones ist neu. Auch wenn es wahrscheinlich kein Platin-Foto ist. Silber ist in Ordnung. Bikulente. Bikulente. Neues Foto und auch hier. Bonso. Kramux. Toll. Das sieht aus, als ob es sich den Snack schmecken lässt. Auftrag erfüllt. Yes. Vadribi. Ja, ne. Können wir knicken. Shelterer. Und auch wieder einen Auftrag erfüllt. Vier Goldsterne. Taubos. Leider keinen Auftrag erfüllt. Aber hier kriegen wir Platin. Und Felinara. Das ist ganz neu. Ganz neues Pokémon. Und ist auch wieder ein Auftrag gewesen. Leute, wir haben richtig viele Aufträge erfüllt. Ehrlich, wir kriegen hier was besseres für das tote Körper. Tor, aber okay. Hut, Hut. Ist übrigens auch wieder ein Auftrag gewesen. Das zweite Bein rauslocken. Dabei stand im Ladescreen sogar, die Äpfel tun nicht weh. So, das muss jetzt aber ordentlich Punkte geben. Dammfertigstellung, okay. Und Gruppenfoto und weiße Kristallblume. See. Zurück zum Basiscamp. Ja, wie gesagt, ich werde die Strecken nochmal nachts fahren wahrscheinlich. Und nochmal auf der gleichen Stufe, wie wir sie schon hatten, fahren. Einfach, um noch ein paar bessere Fotos zu machen. Und ein bisschen die Aufträge zu erfüllen, die wir bekommen haben. Haben wir jetzt eigentlich neue. Erfüllt. Ah, hier fühlt sich Gramox also wohl genug, um zu fressen. Okay. Kriege ich dafür eigentlich was? Ja, den haben wir auch erfüllt. Die können wir jetzt hier... Du hast den perfekten Moment erwischt, um das zu Gesicht zu bekommen. Ah, da kriegen wir Designs. Okay. So was gibt es hier. Boah, ein gewaltiges Gän. Das muss wahnsinnig müde gewesen sein. War es bestimmt. Gut gemacht. Dass alle so tief und fest schlafen, könnt ihr an den beruhigenden Wellen liegen, die Felinara aussendet. Okay. Was die gerösteten Früchte da mit auf sich haben, weiß noch keiner. Aber würde ich sagen, erkunden wir gleich weiter. Ich möchte nochmal in den Dschungel. Weil ich habe das Gefühl, im Dschungel ist ganz, ganz viel einfach noch, was wir gar nicht haben. Was wir aber durchaus hätten kriegen können. Und viele Fotos, die nicht gut geworden sind. Schieß ein paar schöne Fotos. Mach ich. Habe ich zumindest vor. Nehmt Früchte. Da oben sind wieder die Frubber. War da nicht noch irgendwas? Hier sind halt so viele Sachen, auf die man achten kann, muss und sollte. Das ist auch ein schönes Foto geworden. Es ist einfach viel zu viel, weil ich kann hier nicht auf alles achten. Aber ich finde den Dschungel ein unfassbar schönes Gebiet. Ich glaube für mich in einem realen Dschungel wäre es nix, weil... Dieses Papinella, das will einfach immer Stress haben. Weil ich einfach mit so vielen großen Insekten einfach wahrscheinlich riesig Probleme hätte. Zählt ist, dass ich im Gras halt gar nichts sehen kann. Was macht hier die Geräusche? Ja, da sitzt das Peppek im Baum. Brauche ich bestimmt noch andere Items, um da das Peppek rauszulocken. Die alte Ruine. Da gibt es doch bestimmt auch einen Weg rein, oder? So, orange Kristallblume. Schön abfotografieren. Oh, jetzt komme ich hier wieder an die Felinaras rein. Äh, äh, Felinaras sag ich schon. Dann die Cleopadas ran. Ein wunderschönes Foto. Oh, oh. Das Foto war ein Auftrag, das weiß ich. Ich sollte den Moment, wenn er ins Wasser springt, fotografieren. Ich meine, ich möchte mal probieren, in den Wasserfall zu werfen. Ne, bringt nichts. Okay. Bereichst du die Zielmarkierung? Ich will die Zielmarkierung aber noch nicht erreichen. Nein, du sollst dir einen Apfel holen. Okay, die wollen keine Äpfel. Oh, wir haben sehr viele Fotos zu Gesicht bekommen. Äh, sehr viele Pokémon für Fotos zu Gesicht bekommen. Aber ich frage mich, ob die wirklich besser sind, als die, die ich letztes Mal gemacht habe. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass nein. Also im Prinzip das gleiche Foto, was ich hier einreiche. Äh, Griffe. Gut, kriege ich jetzt ein Drei-Sterne-Foto. Habe ich schon Drei-Sterne-Foto? Nehmen wir das Zwei-Sterne-Foto. Dann nehme ich mal das hier. So, Arbok habe ich ja schon ein Zwei-Sterne-Foto eingereicht. Nehmen wir mal das Drei-Sterne-Foto. Oh, das Vier-Sterne-Foto. Yes. Antike Ruinen. Wie die Kristallblume darf ich nicht, darf ich nicht nehmen. Das sind alles Ein-Sterne-Bilder. Ganz ehrlich, das ist kein Ein-Sterne-Bild. Also so viel verstehe ich von Fotografie, dass das mindestens ein Drei-Sterne-Bild ist. Schlafende Katze fotografieren. Aber ich habe schon ein Zwei-Sterne-Griffel gehabt. Dann hätte ich ein Ein-Sterne-Griffel nehmen sollen. Einmal bei Pepeg haben wir Fortschritt gemacht. Oh, Papinella ist sogar tatsächlich noch besser geworden. Habe ich nicht gedacht. Ja, Arbok, die Pose ist neu. Morloth ist wieder in Auftrag gewesen. Und vier Goldsterne. Neue Kleopada-Bose, auch in Platin und die Ruine. Auch wenn man davon nichts auf dem Foto sieht. Aber für Level 2 war es genug. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen so gut vorangeht, habe ich ein paar gute Nachrichten für dich. Ich erzähle dir, sobald du die Fotos verstaut hast. Da ist gespannt zu sein. Wir haben einen neuen Auftrag. Und ich bin sicher, wir kriegen jetzt die Nachterkundung. Dschungel bei Nacht. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ihr scheint euch auf der neuen Insel schon gut zurecht zu finden. Dann ist es wohl an der Zeit, euch eine neue Aufgabe zu geben. Oh, was sollen wir denn diesmal tun? Ich möchte, dass ihr den Dschungel bei Nacht besucht und ein paar der leuchtenden Kristallblumen fotografiert. Was ist eine Kristallblume? Das ist eine Blume, die leuchtet. Sind dir hier schon mal seltsame Blumen aufgefallen? Ja, die waren rot. Das könnten sie gewesen sein. Wenn sie nachts leuchten, bezeichnen wir sie als illuminiert. Müssen wir irgendwas Besonderes machen, wenn wir eine finden? Nein, es genügt, wenn ihr sie fotografiert. Eure Forschungskamera wird sie dann analysieren. Also dann, begebt euch nachts im Dschungel auf eine Erkundung. Nachts im Museum. Gut, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Aber wir gucken uns noch hier im hohen Gras. Hier in der Gegend habe ich ein Wein gehört, aber vorher genau kam es, okay? Das wird schwierig. Gut, Leute, ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Snap. Also, bis dann, euer Wolf.